moin moin und willkommen zurück zu guild wars 2 so eigentlich fiebern wir schon dem adam hinterher aber wir haben noch was gefunden für die für die zwischenzeit nämlich in alteria gibt es ein paar neue beherrschungspunkte ich zeige das mal kurz nach folgen einsichten in beherrschung da sind neuen neu hinzugekommen dass eine einsicht mahlstrom gipfel kann ich glaube das haben wir letzte woche gemacht und das war offscreen was haben wir eigentlich gesammelt es war irgendwie zum anderen blutsteigen kram sammeln ja das war dann offscreen weil das ganz viel gereise und eigentlich wenig spannend war wird das vielleicht auch nicht aber hey trotzdem wird es aufgenommen und jetzt sind wir sonst uns ja auch nicht aufgehalten hier müssen wir hin ich bin mit persönlich weg mag immer gesetzt ja auf leuchten genau und irgendwie grob dieser richtung die märz mit ja wir sind nicht sicher wie wir da hinkommen wir schauen mal dass wir kommen auch ja auf welcher karte sind wir gerade wir sind hier auf baumgrenz fälle weg marke weiß papier hügel so frage ist müssen wir da rein oder außen ist glaube ich in der höhle drinnen war der also ich habe die schon aber das bei mir schon ein bisschen länger her wo ich die gemacht habe mussten hier sind ein paar die wollen vielleicht auch damit ja den habe ich vorhin da aber schon stehen sehen okay wir rennen davor weg da fliegt aber jemand nur mal gucken sind sie irgendwo in der nähe tiefer ist der anscheinend von hier aus gesehen höhlen nie ein großer fan davon gewesen weil man da drin halt auch nicht sieht so sprung rätsel wo können wir denn eisenerz natürlich handwerks den kaputt aber jetzt habe ich auch unzerstörbare rechte dass er dann ja für das addon war für feier habe ich mir mal die ultimate geleistet wenn ich schon so viele stunden gilt was verbracht habe und da gab es ein paar diamanten und da habe ich dieses so wie hieß dieses pack aber feier starter pack oder wie auch immer und da war unter anderem diese sachen drin zusammen genommen dann günstiger als sich das so zu holen und ich dachte mir da habe ich am meisten von von so einem unzerstörbaren kit sieht nicht besonders aus kommt kein ruhe da raus oder dergleichen aber einfach nicht mehr sich damit auseinandersetzen nachzukaufen so diese rohre scheinen nicht zu bringen für sprung rätsel du bist jetzt wohin da hinten ist weitergelaufen gibt es auch zu du flüchtest vor mir versuch hier rumzulaufen ja wir müssen sind irgendwie falsch rein kann sein es gibt hier leider viele möglichkeiten ausgang es ist hier unten da bist du ich sehe dich springen wir auf den kopf wir müssen die 20 minuten rumbekommen also deswegen glauben wir so jetzt rum wir wissen eigentlich wo der ist ja rumgedruck gehört damit zu vor allem an diesen komischen orten so von da bin ich glaube ich gerade genau hier geht's raus kann wir hier nur runter ich wollte ich vielleicht hier hinten durch nicht da nicht da nicht dazu noch sehe ich nichts was auch mal näher nach einem sprung rätsel aussieht jetzt sieht das nur optisch so aus ouch 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 so rein turistisch wäre ich jetzt doch ja da hinten ist aber nichts also dann nicht nach aus von hier sind wir doch runtergekommen oder genau da die höhle und da gab es auch nicht wirklich na okay du kommst von da genau da könnte man jetzt auch potenziell lang da geht es auch raus oder sieht das nur so aus da sind wir hergekommen okay auch wenn es unten angezeigt wird gehe ich dann mal weiter runter so 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 Ah, nee. Hä? Hier ist ein Beherrschungspunkt. Hast du ihn gefunden? Ja, das könnte er sein. Also da, wo wir reingegangen sind. Ja. Und dann hoch. Aber das muss doch ein anderer sein. Der wird auch angezeigt. Nee, entfernt. Das könnte er sein. Ich hole dich mal. Na, du kommst richtig. Genau hier hoch. Ja, genau. Der war ja richtig schwer. Er ist eigentlich sehr einfach, wenn man mal richtig laufen würde. Ja, das ist er. Nichts mit Sprungrätsel. Nee, Sprungrätsel kommt noch. Also gar nicht so schwer. Einfach nur hochlaufen. Ja. Wenn man mal... Ach Gott, man darf gar nicht auf die Punkte schauen, wo wir langgelaufen sind. Ähm... Na ja. Nach Geiz nachschauen kann jeder. Sich verirren. Nicht gleich. Ähm... So. Dö, 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 allgemein. Und dann war das Beherrschung. Einzig Beherrschung. Haben wir den nächsten Blut... Wo ist das die nächste Wegmarke? Weil ich die ja nicht mehr habe. Ja. Bei mir wird ja nichts mehr angezeigt. Blutstromküste. Basis des blutigen Bill. So. Ich muss jetzt mal suchen, wo überhaupt Blutsteinküste ist. Blutstromküste da. Basis blutiger Bill. Wann mal, denn... Ich glaube, die ist das. Richtig? Ich habe die jetzt mal... Ich schaue mal nach. Ich sehe da gerade keinen Beherrschungspunkt mehr in der Nähe. Aber wir gehen da mal hin. Von der Karte aus sieht man das vielleicht besser. Hin und wieder sieht man das ja nicht von der... Ich bin unterwegs. Ah, da. Okay, es gibt noch eine andere Wegmarke, die näher zu sein scheint. Kannst du gleich mal posten, dann reise ich hinterher. Habe ich gepostet? Moment, ich poste nochmal. Ich habe noch Leidebildschirm. Ja. Jetzt bin ich da. Okay, Moment. Ja, und der ist oben im Norden, da wird angezeigt, ja. Genau. Ich will mir nur kurz Platin holen. Platin? Ach, da unten. Im Wasser. Genau. Okay, dann können wir loslegen. So, wie immer wieder hochkommen. Schauen wir mal. Gehen wir hier mal den Weg links. Und nebenbei töten wir auch was. Sonst wird es mir zu langweilig. Oben ist er, ja, da oben ist er. Siehst du schon? Ach, da. Ja. Hier hochlaufen. Und, wo bist du hoch? Da bist du. Boah, wenn ich den Architekten hier in die Finger kriege. Wenn wir hier einmal ums Haus kommen, dann ist er schon da. Habe ich schon. Wie bist du da jetzt hingekommen? Hier einmal ums, ja, hier. Genau, hier. So, da. Ah, da kann ich drauf. Okay. Wunderbar. Der war einfach. Der war auch noch einfach. So, den nächsten BD. Juhu, Moment. Einsicht Eisenmark. Versunkene Hallen von Clara... Nee, Clarent. Eisenmark. Eisenmark, Eisenmark. Hört sich nach Eis an. Eisenmark, die habe ich hier. Und wo war die jetzt? Äh, versunkene Bla, Florn, Clarent. Aber, das sieht man dann nicht direkt. Eisenmark, Eisenmark, Kurs, Eisenmark. Poste ich hier mal was und dann reisen wir da auch noch mal hin und dann können wir schon mal suchen. Jo. Ah, da ist Eisenmark. Da habe ich gerade freigelaufen mit meinem Elie, daher weiß ich das noch. Ah, das wird sich... Jetzt wird er sich... So, mal sehen, ob ich hier auf der Karte was sehe. Hier wird rot angezeigt, ne? Neun. Und grau wird er. Achso, wenn du schon hast, dann sollten sie rot sein, ja. Ah, ich habe es. Ähm, die eine ist umkämpft, dann gehen wir mal von dem hier aus. Da, ja. Ja, ja, sehe ich gerade. Ja. Ja. Genau, im Alkohol-Gipfel haben wir den hier schon, ne? Äh, Vulkan. Vulkan, genau. Wir werden trotzdem nochmal zeigen. Genau, das werde ich... Habe ich dann auch fürs Ende nochmal geplant. Spinne! Ihhh, Spinne! So. So. Grob die richtige Richtung. Grob die richtige Richtung. Aber wir können F mehr drücken. Habe ich ja schon freigeschaltet. So. Jetzt ist okay. Weiter unten. Ach komm, diesen Schuss legen wir mit neben dieses weiche Holz oder was es hier gibt. Das kriegt man mittlerweile so selten. Nee, abgelagert Holzblock, der ist gar nicht so. Bissen wir da nicht ins Wasser rein? Bin mir nicht sicher. Nee, ist hinter uns. Da. Ist auf jeden Fall Eisen. Das wollte ich mir mal. Ja. Ja, und ich kriege hier gerade auf die... Haha. Haha. Hätte ich hier von so ein paar Bauern. So. Du hast, wo ich bin. Oder hast du ihn? Äh, Platinerz will ich mir jetzt unten... Nee, Eisenerz will ich mir jetzt auch noch kurz holen und dann komme ich zu dir. Ich habe ihn. Im Wasser. Im Wasser. Okay, dann hier unten runter. Eine Höhle. Ja. Sehe ich schon. Und dann bist du aufgetaucht. Genau. Noch schon mal hier den Weg frei und dann auf Reiseisenbahn und dann passe ich schon. Oh, die schreit so schön. Ja, habe ich gerade. So, habe ich auch. Ja. Wunderbar. Habe ich. Kann man eigentlich was Schönes mit den Totenschädeln machen? Sammeln, wie es aussieht. So, das nächste wäre... Trommelwirbel. Einsichtfeuerherzhügel. Trügerische Ödnis. Herzhügel. So. Den suchen wir aber in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns schon mal auf der Karte wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Jo.